Das ist im Hintergrund Musik von Nidhogg. Wirst du glaube ich entweder die Castle oder die Mühne sein? Jaaa! Als Ohol! Ohol! Loooool! Hey 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 und Damen und Herren, willkommen meine Käsefüße und meine Folge Let's Play Minecraft zusammen mit David und Tim. Tim? Tim. Und dem Typen. Und dem komischen Typen da. Keine Ahnung wer es ist. Was kommt der Josa denn da mit? Ah wie Scheiße. Die bleiben da, okay. Alles gut. Gehts? Alles gut. Huiiii! Das funktioniert tatsächlich noch. Warte mal Bibi. Komm gehts mal! Die EP kommt sogar hoch. Ach halt nicht ganz da hoch. Sie sind zu inkompetent. Jetzt rennen die weg. Ähm. Machen wir Angst. Okay. Warum kommt denn jetzt keiner? Oh. Jetzt komm jetzt! Das ist geburt. So wieder da. Ich war kurz weg. Ähm. Geh mir mal noch ein Schneeball. Ich würde es noch mal probieren. Hä das, das singen die 13 Minuten ne? Wir fahren doch 13 Minuten bis es nicht mehr geht mit dem Schneeball. Ja ungefähr. Ja ungefähr. Da kommen noch welche. Da kommen noch welche. Ja wow. Aber ich viele. Müsste da nicht mehr spawnen. Ja. Ich weiß es nicht. Das ist halt die Sache. Wenn die, äh, das Rate, äh, nicht mehr gemacht wurde und ich weiß ich nicht. Es müssten eigentlich viel mehr spawnen. Ja ich weiß. Spawn hat weniger. Das macht der Schneeball nicht anders. Ja ja aber warum spawnen nur so wenig? Weiß ich nicht. Sag ich's doch. Die Farm ist nicht mehr, funktioniert nicht mehr. Ich bin so krass, ja. Ich glaub auch. Weiß es aber nicht. Die Opfer. Auf jeden Fall zu Ende bauen. Egal. Weil der fehlt nur so richtig wenig. Egal ob der funktioniert oder nicht. Früher hat die mehr gebracht. Ich frag glaube ich nachher mal in den Kommentaren. Den Ayosa. Ne 1,8,9 hat noch funktioniert. Ja 8,9 aber ich glaub nicht, dass der 1,9 funktioniert. Eigentlich dürfte sich ja nichts geändert haben. Nuno. 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 Zum Glück können wir nicht mehr von einem Ghast angegriffen werden, wenn wir in diesem Hub hier sind. Ja. So ist es gut. Echt gut gemacht. Das hast du echt gut gemacht, aber das ist einfach der Beste, ne? Ja, ich weiß. 2 Blöcke davor. Lotto-Toyle sollte ich jetzt eigentlich da sein. Bin ich Lotto-Toyle? Bin ich da? Nein. Bin ich nicht da? Bin ich genau einen Block. Egal, wird schon passen. Ich hoffe, das macht jetzt keinen Unterschied. Bin ich έztire? Ja. Die gibt's. I'll find' den Setsure f générICH und keine U ожидanimation aber alleine als eine Harmonie und alles erst liefern. hmm weil das item braucht ein bisschen überhaupt ein item ich bin ja kein item sein warum war das alte million und ist das ich habe nur ein eisblock geplätet und jetzt zwei eisblöcke und auf einmal so eine schlucht was macht er jetzt entschuldigen jetzt ist auch kein XP-Buddle ausprobieren aber dafür gehe ich ein bisschen in den Gamer gehen und dort machen wir ja nicht das ist schön, dass du das ausprobierst das heißt ich sollte überall Steps drüber machen mach ich mal also hier müssen wir glaube ich nicht mehr hin hier bist du über Holzbaden schwarzeichenholz also weiter ja geil zweieinhalb Stacks eisen schon wieder nice alter wie schnell das geht wenn man da ist krass dann werde ich mal die komplette Leiter um einen Block versetzen nach hier hinten Leitern so wir haben es bald fertig wo führt der Weg da unten hinten zum Keller ja und wo führt der Keller hin ja Keller ist Keller in den Keller würde ich sagen ich bin aber nicht sicher ob der Keller wirklich in den Keller füllt hat ja das ist einfach nur ein Teil des Kellers warum geht das hier noch weiter warum nicht dann geht es noch weiter runter in den Keller aha in mehrere Etagen Keller aha mhm David ist skeptisch wieviel Prozent des Fallschadens machen nochmal Heublöcke zehn Prozent weißt du das David hä Prozent des Fallschadens machen nochmal äh also reduzieren nochmal Heublöcke weiß ich nicht ich glaub zehn Prozent also insgesamt sind auch zehn Prozent ne ja ja ok ok im Moment man kann irgendwie 20 Blöcke fallen ohne Rüstung sowas bedeutet aber ohne Blöcke könnte man fallen mit Heublöcke krass muss ich eigentlich noch Heublöcke fallen wenn man überlebt das sooo bitte funktioniert die Farm irgendwie an einem doch jetzt haben wir nur einfach irgendwie ein Block zu viel zu wenig Plänen soweit wir im Block platzieren wir spawnen 500.000 zum Beispiel wie sooo oder so so ich habe grad deinen Keller versiegelt er compartiliert um um 21 23 25 25 25 dann bringe mich in Ruhe weiter du Leiter weiter du Leiter Ups, ich habe gerade 21 Schwarz-Eichenhalts-Türen gemacht Warum nicht, ne? Ja, gut, das ist auch eine gute Frage, ja, dann kriege ich dir noch recht Ja, kann ich den Bericht Übelst werden Sie interessiert, dass im Hintergrund ist gerade Musik von Mithorff Müsst du, glaube ich, entweder die Castle oder die Lüne sein? Oh Mann, ich bin einfach wie immer einfach nur die Leiter runtergeklettert und dann hat voll gefällt, als ob man, einfach nur die Leiter runtergeklettert Welcher Penner hat Obsidian in meinem ganzen Haus platziert, ihr scheiß Penner Mann, Lennart, ey Ich komme nicht zu meinen Sachen, ich komme nicht aus meinem Haus raus Was, in deinem Haus ist es in Brasilien? Ja, mein Haus ist voll auf Brasilien Ja, mein Haus ist voll auf Brasilien Da habe ich schon wieder, ey Oh Mann, ey Oh Mann, ey Ich fand's ja, das ist lustig, nachdem ich Liane dann so LOL, Liane Alter Wie geil das rausgeht Guck mal, der hat's Turm Ich glaube, der hat das erst hier gerade eben noch gemacht, nachdem der gesehen hat, dass du da den Panken hingesetzt hast Guck mal, der hat's Turm, Alter Was Ich bin da raus Was Der ist doch schon raus Ja, ich bin schon raus Ich bin über meinen Dach geflüchtet Oh Mann, 20 Level, ey Boah, so dumm Irgendwann musste das ja passieren, ey Ich denke mal hoch und runter springe Hä, was war noch einmal so hoch Ne, so 50.000 Blöcke Ah fuck Lass mich da hoch Gut, gib mir bitte mein Zeug wieder Warte, vielleicht kann ich jetzt Boah, ist ja voll der Plan, Mann Ich versuche jetzt meine Managebezeit aufzuheben, bevor ich mein Level aufsammle Direkt daneben Okay, komm, komm Experience Ja, ja Jetzt komm mit Ah Jetzt kann ich vor die fliehen Ich krieg die Managebezeit jetzt als einziges wirklich noch da Seriously Kann essen auch, ey Komm Jetzt hab ich meine Managebezeit in der Hand, jetzt kann ich auch einfach Siegle den Keller Jetzt hab ich drei Läger von meinen 29 zurückbekommen, echt jetzt? Drei Wow Wow Das war ganz schön dumm Der würde mir ein paar Leute zustimmen Jetzt hab ich wenigstens meine 18 Leitern wieder Geil Ich weiß was So, kann ich mal die Sachen hier mitnehmen? Aber ich hab hier doch voll viel Kiste, der hat ja auch eben mit... Egal Opfer Wir wissen nur, dass ich hier locker rauskomme Oh nein, wirklich? Warte Text Ja Top 10 Mal Untertitelung des ZDF, 2020